Musik Bitte sage was für die werten Zuschauer. Siehste, dann werd ich's. Nee. Das ist dumm. Der lila hat Jason. Hä, hast du den jetzt eigentlich ausgewählt? Ja. Also wenn ich mal Jason Part 3 werde, dann werd ich der lila Mann. Hä, aber das ist doch... Ist es nicht sonst immer der Gartenmann? Nein, es ist immer der. Okay. Ach stimmt, der Gartenmann, der hat's mir den blauen Mann nennen. Mhm, stimmt. Aber der sieht dann trotzdem ziemlich ähnlich aus. Ja. So, ich bin bei Pinehurst im großen Haus. Okay. Ich bin einem der kleinen... Oh, ich hab die Fuse. Okay, dann kann ich halt gleich mal hier... Wo bist du denn? Ähm... Gegenüber von dir sozusagen, rechts. Hier kommt sie hin. Bei dir? Ja. Ich komme. Such schon mal das Telefon. Er ist hier. Dann komme ich nicht her. Noch? Ah, ich seh's. Ja, nee, er ist da. Versteck dich mal lieber. Ich geh einfach... Ich geh ein Haus oben drüber. Ja, genau. Ein Haus oben drüber. Er wird ja wahrscheinlich dann in irgendeiner Form... Weißt du, wo er ist? Nee. Fährst du ihn noch? Ja, ja. Ich weiß noch, wo das Telefon ist. Oh, er kommt rein. Ich mach hier jetzt mal das Radion. Also du könntest jetzt eigentlich... Im Team könnten wir einbauen. Das ist zu gefährlich. Der soll lieber dann nochmal woanders hin. Und dann machen wir das. Weil sonst... Ich weiß nicht, ob er... ...hast er die ganze Zeit an der Backe. Ich weiß nicht, ob er das macht. Wo kommt's denn genau hin? Bei dir? Wenn ich das wüsste, wo ich hier bin... So, jetzt ist er hinter mir. Ähm, im Osten. Ja. Hier. Im Osten. Im Osten. Also genau. Ist er hinter dir oder? Kann ich hin? Er ist von bei dir direkt. Ja, er ist bei mir. Aber los jetzt. Komm. Ich hau mal eine rein. Dann kriegen wir's hin. Jetzt renne ich so. Oh, er ist direkt hinter mir. Ja, eben. Sag ich's doch. Sag das doch. Hab ich's doch. Kannst du nur sehr gut einbauen. Ja. Na, dann hau ich ihn in meiner... Weiß nicht, wo's ist. Na, im Osten. Du, der rennst im Westen. Na, du hast mir nicht gesagt, wo's ist. Im Osten ist der... Nee, im Westen. Im Westen. Dabei Orangenplantage. Und dann links. Links halt. Was weiß ich. Richtung Wasser. Wohin ich das bei dir, oder? Richtung Wasser. Oh, er hat mich. Ich glaub, ich bin tot. Das gibt's doch nicht. Ja, ja, ja. Aber durch die Tür durchgegrabscht. Der Klassiker. Dann bau ich jetzt ein. Dann werd ich Tommy. Ich leg jetzt in der Badewanne. War auch saudumm, ey. Vier Türen. Ich nehm natürlich die erste Tür. und rammel wie ein Trottel aufs Halspray los. Anstatt ich erstmal irgendwie... Wo ist das Telefon? Ja, drinnen, ne? Ist es eingebaut? Ja. Unten drinnen. Da, wo du jetzt bist, glaub ich dann... Er weiß nicht, dass du's eingebaut hast. Jetzt links. Da links. Da hinten links. Hinter dem Schrank. Du kannst telefonieren. Ich guck mal hinter dir. Ich hab ja die Sicht. Keiner da. Aber ich hör die Musik ganz laut. Ja, ich auch. Also hinter dir ist auch die Autobatterie. Hinter dir jetzt kommt der... Er sieht dich. Und weg, 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 weg. Warum rennst du zu ihm? Ich hab doch nicht gesehen, dass er hinter mir ist. Ich hab gerade gesagt, er ist direkt hinter dir. Du hast gesagt, er kommt. Das war's. Von draußen. Und schaut durchs Fenster zu. Oh Gott, hier kommt keiner irgendwo weg. Hab ich ja gesagt, da oben ist Kacke. Da, da sind meine Lassprays. Oh Gott, ist das ein Tod? Kann man hier nirgendwo rausspringen? Nee. Nirgends. Voll das räudige Haus. Jetzt kannst du runter. Es ist keiner da auf der Treppe. Geh doch runter. Jetzt ist er da. Jetzt ist er da. Er schlagt. Sehr gut. Du musst echt sein, die vorbei. Warum machst du das Ding zu? Jetzt gibt's Stoff. Ich weiß nicht, ob da ein Haus ist. Ja, natürlich. Das ist das Haus, von dem du kamst. Sehr gut. Ich würde mich gleich nochmal heilen. Du hast doch zwei Highsprays, oder? So, er drischt natürlich ein. Die anderen machen... Wenig bis nichts. Der eine hat die Autoschlüssel gefunden. Und wie gesagt... Da ist ja noch... Die Batterie ist da noch drin, ne? Genau. Ist Tommy schon gerufen? Ja. Sehr gut. Das war echt eine richtig dumme Nummer von mir. Dumme Nussnummer. Aber gut, wenn da oben überhaupt kein Raum ist, wo man raus kann. Problem ist, dass die halt tierisch lahm ist, ne? Naja, trotzdem immer schneller als er. Jetzt hebt die Batterie einmal ganz kurz auf. Links. Und da hinten rechts. Da hinten am Sofa. Du musst kurz ausruhen. Ich weiß nicht, wohin. Ich will geradeaus runter, aber... Äh, ich glaube, wenn du nach rechts läufst, müsste du irgendwann die Scheune kommen. Die Scheune. Ist mir egal. Ich glaube, es ist das in anderen Häusern. Mann, Mann, was ist das doch hier? Nicht so, wie ich das haben will. Er ist schon wieder bei mir. Er hat's voll auf mich abgesehen. Die anderen machen echt gar nichts. Die stehen einfach nur im Raum rum. Machen nichts. Nichts. Spielen die alle zusammen, oder? Nö. Also, die hocken einfach nur im Raum, oder an der Brücke, aber machen insgesamt nichts. Ja, das ist es. Man, nichts. Nichts Sinnvolles. Das hier bist du. Ne, wo bist du denn? Wie viele Minuten sind's denn überhaupt noch? Na, noch 1,40. Kannst du dich eigentlich schon auf den Weg machen zur Polizei langsam. Kann ich nicht. Schaff ich nicht hoch. Natürlich. Du weißt zwar nicht, wo du bist, aber ich sag einfach mal selbstsicher. Ganz unten. Na, über den Osten nach oben. Über den Osten? Ja. Oh, das ist aber super weit. Ist eigentlich besser bei das große Haus wieder. Ich glaub, er ist drin. Ne, noch nicht. Er schlägt noch an. Na dann, du kannst ja schon rausgehen. Manchmal kriegen die das gar nicht mit und schlagen die Tür noch fertig ein. Soll ich wieder zurück zum großen Haus? Ja. Großes Haus und dann hoch. Die anderen machen halt wirklich gar nichts. Er hockt hier immer noch... Oh, er macht die Tür auf. Lano van de Maidon hat sich getraut, die Tür aufzumachen und stapft jetzt aus die Straße. Och, fuck, ey. Und die gehen jetzt natürlich so langsam Richtung Ausgang. Die nutzen das schön aus, dass er nur hinter dir her ist. Alter, was hab ich... Was haben wir denn für einen Ping hier? 240. Sehr übel. Wir hätten auch da rechts hingehen können, ne? Da, wo die Tür offen ist. Link da und dann nochmal zu machen. Und dann da ist ein Fenster. Geht nicht. Wird keine Ausdauer. Fuck. Ja, dann bleib doch mal stehen, du rennst da. Er ist doch hinter mir her. Ja, dann aber mal verstecken. Er ist direkt hinter mir. Direkt hinter mir. Danke, direkt hinter mir. Er hat mich gekratzt einfach. Ja, ich hab's... Der ist hinter dir aufgeploppt und hat dich direkt geschnappst. Jetzt könnte einer von uns noch Tommy werden. Ja, du wirst. Ja, besonders gut ist er nicht, aber wir haben echt scheiße gespielt. Also ich hab mega kacke gespielt. Ich hab überhaupt nicht scheiße gespielt. Nein, ich hab mega kacke gespielt. Ich hab voll gut gescham. Ich hatte keine Ausdauer mehr. Alter, ich spawne. Ich seh noch nicht mal, wo ich bin. Und ich seh schon wieder, dass... Dass er hier irgendwo irgendwelche Fissemantähnchen macht. Er ist doch gar nicht bei dir. Na, aber ich hab sein Störgeräusch gehört. Äh, gesehen. Ah, die andere ist gerade beim... Bei seiner Hütte und hat die Fahle deaktiviert. Okay. Bringt zwar nichts, war das... Die schnappst du durch den Pulli? Wo ist denn das? Ich versuch's rauszufinden. Naja, guck doch mal, wie nett. Ah, im Nordwesten. Bei einem Friedhof. Bei irgendeiner Brücke ist sie jetzt. Ja. Scheiße, ich hab die Knarre. Das ist natürlich eine blöde Waffe. Sie hat auch eine Knarre. Äh, was soll denn das? Egal. Dann wammert ihr jeweils eine rein und dann... Da ist sie irgendwo, oder? Da ist sie. Der hängt doch auch noch ein bisschen. So. Wann kommt denn die Polizei? Der ist schon da. Echt? Ui. Okay. Let's do it. Boah, ist das widerlich so... Er ist gar nicht... Er ist gar nicht... Er ist gar nicht... Er ist gar nicht wo er ist. Er ist bei niemandem. So ein Stinke... So ein Stinkepulli anhaben, in so einem Regen. Klebt der noch auf der Haut. Altes Muffenpaket. Oh ja. Das glaub ich auch. So, wir brauchen... Die andere steht hier nur draußen rum. Wir brauchen halt eine Axt. Oder eine Maräte. Sie läuft draußen weiter rum, ne? Naja, er ist begriffen, aber wir brauchen ja trotzdem irgendwie Waffen. Naja, ihr könnt ihn doch erstmal anschließen und dann... Vielleicht hat irgendjemand andere... Oh, er ist da. Er kommt zu uns. Ne, er ist im Osten. Da seh ich ihn. Er kommt zu den anderen beiden. Die eine schwimmt gerade. Ja. Wer weiß wie lange. Der andere schwimmt jetzt auch. Oh. Jetzt geht er auch ins Wasser, aber es wird nicht ausreichen. Schieß ihn an, du Trottel. Ja. Wir brauchen Waffen. Wir brauchen mehr Waffen. Oh, jetzt kommen alle her. Das ist optimal. Er hat den anderen gleich. Er hat ihn. Er ist tot. Schau. Oh, ich bin so dumm. Ich hab nicht geguckt. Ach, komm her. Ich geh jetzt raus. Warum bin ich jetzt so schlecht? Wo ist er? Wo ist denn Jason? Ach, da unten liegt. Er liegt am Boden. Mach deine Waffe jetzt bloß nicht kaputt. Sehr gut, Tommy. Mach ruhig langsam. Lass dir Zeit. Hä? Er hat dich irgendwie nicht gesehen. Kann das sein? Na doch. Er fliegt halt. Nö. Er ist anders rumgelaufen. Er hätte dich jetzt gerade schnacken können. Ja. Sie ist draußen. Hätte ich auch damit gerechnet. Er ist bei der anderen draußen. Also nicht bei der mit dem Pulli, sondern bei der anderen schwarzen. Der ist hier irgendwo bei mir. Hm, jetzt hat er, glaube ich, Stalken an. Na, da läuft ja noch eine andere rum. Bei der ist er gerade. Warum rennen die denn weg? Er ist bei ihr. Jetzt dreht er sich gerade wieder um. Wieder woanders hin. Hm. Er soll mal zu uns kommen. Sag ihm mal, er soll herkommen. Himmel. Alles klar. Ja, das Problem ist, er hat natürlich noch überhaupt keinen Schaden bekommen. Oh, er ist wieder bei ihr. Sie ist am Friedhof. Friedhof. Okay, ja. Er hat sie und er hat sie umgebracht. Ja, super. Keine Ahnung. So, jetzt seid es nur noch ihr zwei. Ja, aber warum rennt die hier? Warum muss ich nicht mal irgendwie verbarrikadieren? Irgendwas machen? Sie sucht wahrscheinlich eine Axt, oder? Nö. Keine Ahnung, was sie sucht. Da warst du schon mal, oder? Nee, ich war nicht im Norden. Weiß nicht, was sie macht. Was soll das? Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, was sie macht. Vielleicht sollte ich einfach auch wegrennen. Jetzt schlägt sie mich, oder was? Na ja, sie hat ja ein Messer benutzt, um einen Pulli zu bekommen. Hä? Warum haut die mich? Der ist doch einfach. Geht nicht. Wo ist der? Siehst du ihn irgendwo? Ähm, ba-bum, ba-bum. Nein, nein, nein. Hat die andere jetzt eine andere Waffe genommen? Ich hab doch gerade irgendwas gehört. Jawohl, komm. Ja, sie hat die Fläge angenommen. Sie macht die Tür auf. Weiß nicht, ob ich ihr trauen kann. Weiß ich auch nicht. Vielleicht solltest du lieber... Abhauen. Er kommt von rechts, der hinten, ja. Guck mal, ob er nur mir folgt. Ich glaube, er folgt dir. Ich seh ihn jetzt nicht mehr, aber... Ah, er ist hinter dir, ja. Folgt nur mir. Die will mich in die Falle locken. Genau, geh mal ins Häuschen rein. Nicht, dass er reinfliegt. So hat er es doch mehr gemacht. Naja, er kann ja nicht fliegen, er war ja gerade erst. Achso. Achtung, bleibst du mir entgegen. Oh, ja. Jason. Er wirft. Neben. Stimmt mir, dass ich gleich... Ja, ja, aber die spielen eindeutig zusammen hier. Sie rennt gerade irgendwo hin, keine Ahnung, wohin. Das war gut. Achtung, Falle! Weiß, die hab ich doch da hingestellt. Ich weiß, aber manchmal vergisst du sowas ja. Er kommt hinten rein. Dann kann er gerne rein. Wo muss ich hier überhaupt hin? Ich hab keine Ahnung. Ist irgendwie nur nach rechts, da muss ich... Hallo? Ach, wo bin ich denn hier? Wieder Paketmann vom Dienst. Komm nicht raus. Mann, ey, zwischen den Paketen hängen geblieben. So. Er war... Er denkt immer noch, ich bin da drin, ne? Ne, ich glaub jetzt nicht mehr, oder? Ne, jetzt nicht. Er morphed. Einmal krabbelchen hast du ja gut. Ja, deswegen. Das Problem ist, ich darf nicht zu viel durch die... kaputten Scheiben gehen. Hä? Das geht doch durch. Was soll das? Mach doch die Tür wenigstens zu. Wo sind die anderen eigentlich hin? Großenhaus. Mach doch die Tür wenigstens zu. Was, warum? Ich hau jetzt ab. Ja, damit er nicht gleich reinmorphen kann. Ist er bei ihr? Bei der anderen? Nein, natürlich nicht. Naja, das ist ja schon mal gut hier mit dem... Vorsicht! Ja, 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 ja. Schon längst gesehen. Da vorne ist die Polizia. Schon längst gesehen. Tja, Jasunil. Willst du nochmal werfen? Kannst dich. Okay, er ist da hinten. Das war dem, ist von dem. Ach doch, ein Sprintelus. Sprintelus, Brimborius, bist ein Kuss. Tschüss. Guck mal, ich komme nochmal zurück und wink dir nochmal zu. Ihr kleinen Ficker, ihr spielt wieder zusammen. Das ist echt unmöglich. Unmöglich. So, Tommy rennt mal wieder das Polizeiauto durch. Tschüss. Und weg ist er. Tja. Da wollte sie mir echt eine Falle stellen. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie sie sich hier anstellt. Der Bein hart. Und der Mischer. Ja, natürlich zusammen. Wahrscheinlich so nach der Art, du killst mich ganz am Schluss. Oh, sie hat das Messer noch weggelegt. Ich sehe, Jasso und Neil nicht. Doch, jetzt kommt er. Von vornherein. Von vornherein. Auf jeden Fall. Ja, es geht auch nur noch eine Minute. Also von daher. Stimmt. Ist das eigentlich ein Bild von der Ballerina da oben? Ich habe keine Ahnung, ich habe es nicht gesehen. Ach, wo geht er denn auch hin, Mann? Er hätte doch nur hochgehen müssen. Aber das Haus finde ich auch voll kacke. Ja, da oben ist es echt scheiße. Das wollte sie, glaube ich. Okay. War eine ganz schön lange Runde, ne? Da hinten unter der Badewanne, da war meine erste Leiche. Ich weiß, dass ich mir doch die Halsbrace genommen habe. Überlebt. So, es gibt nur einen, der überlebt hat, ne? Äh? Stimmt. Ist ja frech. Trotzdem war eine geile Runde. War sehr dumm von mir am Anfang. Sehr dumm. Und es ist immer noch double XP. Zack, 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 zack. Geil. Warte mal, Zeit hier. Immerzu raus ist im Spiel, wieder rein ins Spiel. Kommt rein ins Spiel, ich bringe euch um. Schade. Bam, bam, bam. So, so, der Gartenmann. Der Gartenmann, der haut wieder... Der Gartenmann, der Gartenmann. Der eine, ich bin der Post-Beckige-Mann. Okay. Bin höchstwahrscheinlich beim dritten Haus auf der rechten Seite. Okay, ist schlecht. Ich bin Fox. Was in der fuck ist passiert? Das ist... Ich sollte sie mal für alle ausstatten. Ja. Ich, für meinen Teil, bin im Südwesten. Ich bin im rechten Haus. Das dritte Haus auf der rechten Seite. Okay, wir nennen es einfach... Wir nennen es einfach Haus 3. Okay. Wir müssten sie alle durchnummerieren, oder wie so militärische... Oder das dritte Haus, oder so. The house of the left side on the street. Also so ähnlich heißt es, ist zumindest ein Horrorfilm. Oh, das ist scheiße. Vor allem, dann habe ich auch meine doppelten Heilungs... Heilungs. Heilungsen. Ich habe Autoschlüssel. Ich habe Firecracker. Ja, das habe ich auch, aber... Das interessiert mich nicht. Alles klar. Vielen Dank. Ich habe zweimal Firecracker. Okay, Cracker. Was hat denn der nochmal gemacht? Hä? Wer ist hier irgendwo? Es ist klar, dass wir hier nicht alleine sind. Ich weiß nicht wo. Dann verpiss dich von dem Ort. Oh, fuck. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass ich habe... Ich weiß nicht, dass ich bin. Ich weiß nicht, dass ich habe... Boop, 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 boop. Okay, er ist hier irgendwo. Jason ist in das Haus. Weil er will slash. Also er ist oben rechts irgendwo. Die F***er haben alle Tür offen gelassen. Ja, dumm Dreckspisser. Das musste jetzt einmal gesagt werden. Ja. So, also der Süden ist jetzt fürs Erste verbarrikadiert. Ich habe aber noch keine Falten aufgestellt. Oh mein Gott, das ist nicht krass. Haben wir schon irgendwas gemacht? Also im Süden ist nix. Wow, sie schreit hier schon rum. Habe ich eigentlich eine Map schon gefunden? Tatsächlich. So, wissen wir denn schon, wo die... Was macht der denn? Wo ist er denn? Was? Wissen wir denn schon, wo die Fuse hinkommt? Weiß ich nicht. Oh, er schleicht hier um mein Haus rum. Welches Arschloch hat hier eine Falle aufgestellt? Mitten im Raum. Ich wollte sie gerade nehmen. Bin reingelatscht, jetzt bin ich verletzt. Hast du was zum Heilen? Nein, weil ich meine scheiß Perks nicht habe. Oh, ich komme. Fuck, ey. Wo bist denn du da? Unterm Auto, eins der Häuser. Ich komme! Der Paus-Beckige kommt. Misha. Der Misha. Er hat uns vorhin gekillt. So, alle rennen an dir vorbei. Aber Dizzy. Boah, er ist hier. Hallo. Dankeschön. Tada. So, ich habe die Firecracker. So, haben wir hier schon irgendwas gemacht? Batterie ist eingesetzt. Sehr gut. Gehen wir raus? Ja. Hast du das Gefühl, er ist hier? Ja. Also, ich habe schon mal das Gefühl, es ist... Wollen wir mal zum großen Haus? Ja, von mir aus gerne. Ich bin auch hier weg. Ich glaube, er hat wehen. Das glaube ich auch. Jupp. Und wer ist es? Der Arme? Der Arme droppst. Darth Cooper. YouTube. So, machen wir mal lieber zu. Ja. Hier ist alles gelootet. Die werden doch irgendwo schon was gefunden haben. Ich meine, hast du genau geguckt? Beim dritten Haus. Hier ist doch Gas. Ja? Ja. Und die Autoschlüssel hast du? Ja. Na dann, nimm mit. Ich habe keine Map. Ich weiß nicht, wo wir am besten jetzt hingehen. Da. Zum großen? Nee. Da ist er doch wahrscheinlich, oder nicht? Ja. Aber da ist das Auto, was schon aufgetankt ist. Das ist... Ah. Ist es der Viersitzer, ja? Glaube ich. Da waren sie... Oh doch, hier hat schon einen. Du kannst fallen lassen. Die tankt schon. Toll. Nimmst du die Schlüssel? Nö, mach du mal. Nee, jetzt kriege ich nicht hin. Ich habe keine Map und nichts. Hier. Hier, dann kriegst du Firecracker. Dann gib mir dafür... Deine Waffe. Jetzt bringen sie alles Zeug an. Deine Waffe. Hä? Okay. Ich weiß nicht, warum sie nicht tankt, aber... Ich wollte die Waffe zahlen. Ja, ja, ich wollte sie hier hinlegen. Ich dachte, du kannst sie nicht nehmen, weil sie so schräg liegt. Okay, let's go. Wir sind zu viert. Es geht hier. Was ist denn da? Der eine ist auch voll verletzt, aber... Es funktioniert eigentlich. Okay. Ja. Feuer! Wie geht das hier lang? Ja! Hup doch einfach mal. Jason! Äh, ist unser Auto voll, ja, ne? Ja. Okay. Yes, er wird aber auch nackig gemacht, ja. Sowas von. Tschüss, du Trottel. Ist Tommy gerufen? Guck mal ganz schnell. Ja. Sehr gut, da können wir nochmal wiederkommen. Yep. Alle entkommen. Und jetzt kriegt er nochmal ordentlich auf den Sack. Oh, ne, wir werden es nicht. Es wird der Darth Kuba. Oh, der die ganze Zeit schon tot ist. Der YMCE-Police ist hier, ist, 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 das kriegt er gerade auf den Deckel. Och, Jason. Oh, ich hatte das Spiel verlassen. Hat doch einen erwischt, Mann. War doch gar nicht so schlecht für ihn. Er hätte ja wenigstens noch zwei oder drei hätte er noch kriegen können. Naja. Trotzdem ein paar Punkte bekommen. Siehste, für den ist jetzt zum Beispiel der Freitagabend vorbei. Der freut sich nicht mehr. Der weint jetzt das ganze Wochenende. Das ist so. Tja. Und das ist in Quarantäne. Schlimm. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Nee. Jetzt wird ich's. Wer denn noch? Der, der als erstes, letzte Runde gestorben ist. Ja? Ach stimmt. Oh, na, die Tumorman, ne, Tumorman. Hat er nicht, hat er nicht. Das ist der Gammelmann, das ist der Gammelmann. Meine ich so. Das ist der Jason Part 7. Stimmt. Das ist gar nicht der Tumorman. Der Tumorman ist Part 9. So. Damit hast du dich geoutet. Du musst jetzt leider nochmal alle Filme mit mir gucken. Ich hab erstmal eine Knarre gefunden. Oh Gott. Was haben wir da gemacht? Wichtig, Mann. Oh, ich bin direkt am Auto. Am großen Haus. Hier ist das gelbe Auto. Und weil da so viele sind, renne ich eins weiter. Boah, das ist hell. Er ist schon hier. Wo nochmal? Großes Haus. Aha. Gelbes Auto. Hä? Da bin ich aber auch. Beim unteren großen Haus, meinst du? Beim Auto, oder? Das obere. Aber er ist bei mir, glaube ich. Ja, bei mir auch. Ich höre ihn ziemlich laut bei mir. Ich bin auch im Haus. Also ich bin im oberen großen Haus. Ich bin eins oben drüber. Ja. Ich glaube, er ist bei mir drin. Bin ich sicher. Ja. Oder? Nee, er ist weg jetzt. Er ist bei mir, glaube ich. Er ist weg. Ich höre ihn die ganze Zeit. Soll ich rüberkommen? Jason, du Pisser. Das schlägt ja schon ein. Pisser. Keine Versammlung über fünf Leute. Ich komme. Lass es. Okay. Mach doch die Tür auf, du dumme Henne. So, also du kannst jetzt unten in den Keller reinkommen. Ich stehe da. Mach ich. Mit der Knarre im Anschlag. Ist hier noch irgendwas Gutes? Eine Machete. Weiß ich nicht, hab ich hier noch nicht geguckt. Ich gucke hier mal schon rein. Ja, ich halte mal die Rücke frei. Bestellung. Hier ist nichts. Okay. Sollen wir hoch? Ja. Go, go, go. Wollen wir eins weiter in den Süden gehen? Oben habe ich alles gelootet. Das Haus ist eigentlich abgegrast. Okay, dann komm. Los. Aber oben rein. Unten ist ja dämlich. Ja, da gibt es ja keinen Ausweg. Nimm mal die Fenster, dass die Tür zu bleibt. Ich mache erst mal die Mucke an, dass wir mal ein bisschen Ausdaueregeneration haben. Ich glaube, hier sind gerade alle. Ja, das stimmt. Oh, viel angenehme Bestimmungen jetzt mit Musik. Oh ne, mich stört das immer voll. Er ist hier. Ja, nein, er kommt runter. Ich bin oben. Wo bist du? Oben. Komm, wir gehen mal noch eins weiter runter. Okay. Zu Jasonil. Er kommt hinten rein. Mach die Tür zu hinter dir. Wenn es geht. Ja, er mag das Radio auch nicht. Kann ich dir schon verraten. Ich bin nicht ganz sicher. Ja, er mag uns aber auf jeden Fall. Aber hier sind auch immer Frauen. Oh, er mofft sich zu uns. Oh, na, 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 na. Ich hoffe, hinten ist zu. Ich weiß es nicht. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Schnell gelootet. Abgeswitchert. So, hast du eine Map? Ja. Wo wollen wir dann hin, wenn er reinkommt? Kriegst du ein Boot? Er kommt rein. Ich sehe das Boot. Ich habe keine Map. Ach so. Biss. Eigentlich ist das große Haus besser. Er kommt jetzt rein. Noch zwei Schläge, dann ist er weg. Mach auf. Kannst du weggehen, damit ich die Tür aufmachen kann? Ach so, sorry. Er fliegt drumrum. Er fliegt drumrum. Er fliegt drumrum. Komm wieder rein. Mach zu. Da war er. Er kommt. Er hat einen reingekriegt, der wurde ausgesperrt. Sehr gut. Er ist ausgesperrt. Gut. Äh, wir wollen wieder in Westen rüber. Er kann ja jetzt, oder? Ne, warte mal. Er kann gar nicht rein. Jetzt hier vorne hat er auch nicht angeschlagen. Ja, weil da sind doch immer die drei Häuser. Also wenn wir mal lange überlegen, er kommt jetzt gleich. Aber das ist relativ weit. Jetzt ist er drin. Wie war ins große Haus? Er hat mal angeschossen. Wir können jetzt. Wohin? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Bist du im Westen, oder was? Die andere folgt dir auch. Die vertraut dir. Ich gehe ins große Haus. Okay, gib dem Weg vor. Wir folgen. Wir folgen blind. Bist in den Tod und noch viel weiter. Das sollten wir eigentlich mal machen. Wir sollten einen Team-Captain machen, der die Taktik angibt. Der andere muss folgen. Okay, er ist nicht mehr bei uns. Ja, er steht immer noch unten. Das wäre gut, wenn wir... Und oben hast du geguckt, ob es Tank und so gibt. Boah, ne? Im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ich gucke einmal ganz kurz hier unten in den Keller. Ja, guck mal, ob da Tank oder so ist. Oh, er ist im Norden. Norden. Und er kommt hier runter. Böller? Hast du gehört? Er kommt. Ja. Oh, er ist hier unten. Oh, sie hat Gas hier. Oh, er ist bei euch oben irgendwie. Mal schlägt da ein. Ich baue mir der ein. Äh, wohnen jetzt. Komme. Hallo. Die andere kommt auch. Vierer Pack. Aber da fehlt doch halt immer noch die Batterie dann. Ja. Ihr könnt ja noch weiter gucken. Okay, ich schwimme mal da rüber. Muss ja irgendwie da sein. Ist da rechts was? Wo ist er denn? Lenkt ihn ab. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht, wenn ich darüber schwimme. Oh, ja. Ja, ich habe leider daneben geschossen. Ist er noch bei euch? Ja, er schlägt gerade die andere. Sie ist tot. Okay. Ja, ist allerdings nicht bei mir. Nee, sie ist nicht tot. Wird auch ganz tief durchatmen. Mitten im Lagerfeuer ist immer gut. Fuck. Keine Ausdauer mehr. Grundstoffmonoxidvergiftung. Was war das? Lachsrote Muskulatur. So, hier drüben war schon wer. Kacke. Was fehlt denn jetzt noch? Du bist tot. Ich habe doch gesagt, er ist direkt hinter mir und ich habe keine Ausdauer mehr. Weißt du noch, wo das Boot war? Ja, unten rechts. Das ist ja fertig. Aber da sind ja zwei. Ah, die eine startet gerade. Also, beziehungsweise die ist alleine auf dem Boot und wartet, dass die andere einsteigt. Aber sie kriegt es irgendwie nicht hin, einzusteigen. Das ist ja auch ausgestiegen. Oh, ich werde Tommy. Meine Fresse. Ja, man kann ja nicht einsteigen. Das Boot ist, ist fucking nochmal kaputt. Doch, man muss einfach irgendwo anders. Nein, es geht nicht. Es wird nicht angezeigt. Ja, aber die eine sitzt drin. Naja, das geht nur der hintere Platz. Das ist jetzt mal schon. Bist du da auch, oder was? Ja, ich schwimme da. Aber die will von mir wegfahren. Die will mich nicht reinlassen, ist ja klar. Aber gut, ich haue jetzt auch ab. Halte die, du haust auch ab. Ach so. Das kommt, steig ein da. Ich bin im Norden. Äh, Quatsch. Ich bin da bei dieser kleinen Insel. Oh, ich habe zwei Messer. Das ist natürlich geil. Na, wir müssen ja jetzt irgendwie mal was machen. Entweder mit dem Auto. Oder die Fuse. Naja, ich bin dann halt mal bei diesen westlichen Häusern. Ja, dann gehe ich in den Südwesten. Der hat mich auch nicht, er hat mich auch nicht geschnappt. Er hat mich nur geschlagen. Na, Spaß. Dann ist dein gutes Recht, aber... Oh. Ah, er ist beim Boot. Das hat doch funktioniert. Oh, hat er es? Hm, weiß ich nicht. Das ist in Kommen, steht doch da. Ja. Ja. Aber da war er gerade bei denen. Er ist immer noch im Wasser. Im Wasser. Oh, er kommt runter. Zu euch, wenn ihr da seid. Keine Ahnung. Ich bin da, ja. Ich gehe aber jetzt in den Südwesten. Er ist da. Er guckt nach euch. Du warst doch gerade tot. Du hast doch gesehen, wie lange die Runde noch geht. Oh, ne, habe ich nicht drauf geachtet. Leider nicht drauf geachtet, aber du kannst doch bei deinen Aufnahmen gucken. Bestimmt. 9 Minuten 30. Okay. Also Hälfte der Zeit haben wir eigentlich schon. Naja, Hälfte. Wir sind halt nur noch zu dritt. Eben. Scheiße, er kommt zu mir. Was soll denn das jetzt? Ah, hier ist alles. Oh, wieder alles offen gelassen. Oh, alles offen. Ey, ich könnte kotzen mit solchen Leuten. Yep. Oh, hier kommt die Fuse hin. Im Südwesten. Ah, da. Na gut, ich gucke jetzt hier mal noch. Vielleicht finde ich sie ja. Wächst wahrscheinlich schon. Warte mal, ich latsche mal rein. In die Falle, wenn hier alles. Oh Gott, dann wirst du sterben. Wo ist er da? Oh, Jason. Äh, ist keine Falle davor. Okay. Fuck you. Ich hoffe, ich habe jetzt hier ins richtige, schaue hier ins richtige Haus. Es gibt nämlich noch eins im Norden. Oh Gott, du sollst nicht die Tür öffnen. Nein. Nein. Okay. Das heißt, ich muss im Norden. So. Du willst im Norden? Hallo? Naja, ich will gucken, wo die Fuse ist. Ich weiß, es sei denn in den beiden Häusern, aber nicht im nördlichsten. Ach so. Im Quadranten muss es doch sein. Deine Regel. Nee, aber nicht bei Pinehurst. Ach so. Hier ist ganz viel zu. Aber shit, hier ist die Tür schon offen. Das heißt, hier war schon jemand. Jetzt legt den Scheiß da weg. Ist der schon wütend? Nee, ne? Vielleicht liegt die Fuse auch schon irgendwo. Angespielt. Oh, okay. Jawoll. Ich komme zu euch. Der Typ hatte es gehabt. Ja. Doch. Warum nicht? Aber hier ist eigentlich gut. Komm du lieber zu mir. Okay. Weil hier ja alles... Ein Stress am Abend. Freitagabend. So ein Stress. Was wollte ich jetzt machen hier? Zu mir kommen. Ich habe irgendwas gesagt und habe sofort vergessen, wo ich meine Waffe hingelegt habe. Bist du blöd? Warte. Manchmal schon. Oh, oh. Ich wollte einen Mark... Oh, ist er tot? Wo ist denn das Ding hier? Jetzt kommt er zu mir. Das ist ja blöd. Ich suche hier eigentlich mal so eine Kackfalle zum Aufstellen. Ist er nicht? Warte auf, warte. Ich bin im mittleren Haus. Ja super, aber er ist wütend und er kommt natürlich gleich ein. Ist ja gut. Ich kann ihn anschießen. Ich komme jetzt Richtung Norden. Aber ja, der Zaun der Hölle ist hier. Okay. Hat er nebengegrabscht. Aber er ist leider Gottes hinter mir her. Du siehst mich doch. Wie weit bin ich denn weg von der Hütte? Das Geist da. Oh, er guckt schon wieder. Er morpht. Super. So gut. So, Axt. Er wird hier. Auf jeden Fall besser. Ich heil mich trotzdem mal. Ich hab so viel Zeug. Ich mach hier zu. Ja, aber wir haben auch noch ein bisschen Zeit vor uns, ne? Muss man auch sagen. Oh, ist hier irgendwie ein Scheißding, oder? Ja. Mach wieder auf. Wir machen lieber vorne den Couch-Tanz. Ich mach lieber der Raum nebendran. Couch-Tanz. Ne, da ist noch ein Fenster. Ist schlecht. Ja, aber trotzdem. Ja, du kommst. Er ist drin? Dann geh ich schon mal raus. Okay. Tanz, theoretisch. Warte, warte, warte. Das Spiel auf Zeit. Warte, bleib mal. Wo ist er? Siehst du ihn? Da bräuchte ich jetzt eigentlich eine andere Waffe, finde ich. Komm rein. Er ist wieder draußen. Okay. Er ist wieder bei dir. Komm rein. Alles klar. Okay, er fliegt wieder auf die andere Seite. Er will jetzt reinfliegen. Das drinnen. Haben die entmaskiert? Demaskiert, meine ich. Ausruhen. Ich hab eigentlich genug. Problem ist, es ist doch scheiße hier zu zweit. Es ist scheiße zu zweit. Wir liegen uns nur im Weg. Achtung, ich komme. Es ist halt die Frage, wo ist der Ausgang? Ist oben noch ein größeres Haus? Nee, im Gegenteil. Nur kleine? Ja. Oh, hat er mir vorbeigekrapscht? Ich muss hier nochmal rein. Okay. Ich geh mal ins andere Haus. Oh. Was ist denn das? Jetzt latsch doch mal zu, meine Fresse. Beine heben. Habe Zivilenienst gemacht. Keiner war bei der Army. Ja, ich bin halt das leichtere Opfer. Oh mein Gott. Ist hier nicht immer ein Radio? Ich komme zu dir. Macht ja sonst keinen Sinn. Ich mache den Strom wieder an. Ja. Das wäre gut. Er ist hinten drin. Komm wieder ins andere Haus. Komme. Weiter. Hinter dir. Alles klar. Ich geh wieder ins untere Haus. Bin wieder beim Kamin gleich. Scheiße. Ich auch. Ich brauche Ausdauer. Ich brauche unbedingt Ausdauer. Er kommt. Ich geh hinten raus. Es ist bei uns unten. Ich geh. Ich auch. Ich habe keinen. Komm, komm. Scheiße. Lauf. Komm jetzt. Wenn soll er mich knappschen. Jawohl. Bin raus aus der Nummer. Bin raus. Er war ganz wunderschön. Yes. Jihau. Puh. Haben wir gut zusammengearbeitet. War eine gute Runde. Er war auch echt gut. Ja. Also ich wäre auch ausgerastet. Er ist halt lahm. Und wir hatten echt verdammt Glück mit dieser Couch-Garnitur. Das war so lang. Auf jeden Fall. War echt verdammt lang. Ich habe ihn gerade so angeschossen. Er hat mich schon geschlagen. Ich habe es gesehen. Deswegen. Du hast irgendwas gesagt. Ach, muss ich jetzt doch noch zurück in dich heilen? Ich hatte ja noch drei Heilsprays. Deswegen bin ich nochmal umgedreht. Ach so. Ne, ich hatte ja noch. Oh, Level 79. Good one.